hey freunde ich begrüße euch zu einer neuen folge vigor und hier bin ich in sackbrück mit nadine unterwegs im duo modus und wer mich kennt weiß ich bin ein gentleman und lasse gerne mal nadine vorgehen alles klar schaut euch das video mal an lasst doch kein abo und ein leichter wenn es euch gefällt aktiviert die glocke um keine folge mehr zu verpassen und jetzt wünsche ich euch viel spaß ich mache als erstes muskate oder so also war abkümmeln ist einfach ein gentleman absolut durch und durch also ich glaube ich habe das wort gentleman erfunden klar ich die wohne wenn ich ein gentleman bin dann weiß ich auch nicht dann gibt es keine auf der welt komm komm ich lass dir einen vortritt gehen ganz gentleman bin ich jetzt lass dir den vortritt da war einer natürlich dass ich als erster erschossen werde ja ich bin halt ein gentleman nicht rennen bitte hier vorne ist da einer ja ja auch mal locker hier vor mir ich habe ja eine panzerplatte und gerade den nikon so ist knappen ja das ist noch einer das ist nicht alles uh der hat einen bahnkern gehabt oh und ein detektor detektor? ein detektor die wollen wir gleich ja mach ich der ist oben am hier da da auf 2 Kabila Kabila ist in the tash Nadine gehen wir da hinten hin ich bin ein gentleman du gehst vor ja ja an die Tase ja ich brauche ein Kabila plus 1 ich hätte ja so viele Busche hier oh hier ist ja der Behälter scheiße hm wo ist er? wo bist du? wo bist du hin? dennis macht doch doch keinen Sinn ne hat er noch nichts wehe gehilt vor zu gehen ne nur ihn vor die Runde wo bist du hin? wo bist du hin? dennis macht doch doch keinen Sinn ich hoffe die zu verstecken ich hoffe die zu verstecken sinds hier in dem blöden Haus oben drin oder? kann doch mal pingen oh komm die pingen nochmal ja mach mal äh hier unten echt jetzt? hm sind die für feigling ich mach mal schnell der Dings hier ach hm 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 ach die uchse macht jetzt auf mhm da sind nur welche stehen und der andere der nächste ist ja unten beim Dings bei dem verschlossenen Haus beim verschossenen Haus bei dem verschossenen Haus ist so ein Loch es ist so ein loch hier ist noch eine mp5 drin ja nehm ich mal zum zerschrotten so wollen wir zum hauschen ja immer haben die jetzt schon geknackt? du wirst gar nicht, stand jetzt schon da? die könnten ja viel passen immer genau, support ist kein mord genau ist emi eigentlich jetzt doll zu hören? hört ihr emily? ja, hört ihr die im hintergrund? das ist die frage ob der jetzt schon raus ist das ist wirklich echt, haus ist ein netter oh ne hier ist gerade einer rechts rüber ran oder im busch rennen ah die sind zu zweet kannst du markieren? ah die rennen gerade rüber oh ja ich sehe sie ah ne jetzt ist er voll ja ihn hast du, oder? ich hab ihn nee also ich hab ihn ich weiß nicht welchen du erwischt hast von der Bede auf dem hauchen ich hab ihn ganz oft getroffen wie? ey dann ist er rumgerannt und weißer hauchen ich weiß auch nicht ich hab ihn recht war das so gerade oder oh zickein Manni war im urlaub Hallöchen und danke schön wo warst du denn? hallo Manni Ach, der ist hier drinne. Im Haus. Im Weißen? Ja, doobig. Ja, scheiße. Warum gehst du denn da rin? Weitlich. Na, ich dachte, wenn du so trampelst, kann ich Gleise rin schleichen. Aber wir hätten das so gut machen können. Ich hätte die andere Zeit aufgemacht. Ja, hätten wir. Wo ist deine Taktik hin? Wo war denn der? Der ist zwischen Taktik. Warte, ich lupf mal rum, nur. Hä, wo denn jetzt? Da ist denn da. Arschloch. Na, ich wollte gar nicht telefonieren. Ah, naja. Steuergeiz. Telefonieren mit dem Trend. Klar, roll mich aus. Immer. Natürlich. Telefoniert sehr gerne. Wo war es denn an der Ostsee? Jetzt arbeiten. Nein. Muss er kurz, äh, warte mal. Wie muss ich arbeiten? Oh, da ist noch einer. Nein, Mann, ich wollte Urlaub machen. Ja, aber dann Spaß. So, das könnte man mal heilen, wa? Das wäre mal eine gute Idee. Na? Der Tresor ist schon gerutet. Dann ist die Frage, wieviel leute ich ist. Da habe ich den Oma auch. Ich habe zwei Bungles. Ja, ihn habe ich meine. Bungle-Teile. Ja. Also, ihn habe ich ja selber mit ihm. Mami, Egon, danke für diese nette Nachricht. Schreibt Solima. Gut. So, na gut, dann gehen wir gegen oben raus. Ne, die Taschen sind eh voll. Ja. Ja, also allen Mamis noch mal. Alles Liebe für Mutter. Dankeschön. Du bist keine Mutti. Achso. Ich muss morgen wieder arbeiten, aber nur sechs Tage, dann habe ich wieder Urlaub. Wat? Wie lange hast du Urlaub? Wozu gehst denn denn da hin? Nur Geld zu verdienen? Ja, aber wenn er denn schon wieder kein Urlaub hat? Meine Güte, meine Güte. Oh. Luxus. Aber ich will gerne doch. Fuck, wie viel. Und was machst du dann in deinem Urlaub, Erichson? Oder musst du ja Feiertag arbeiten, ne? Ich muss ja nach dem Rechten gucken, I know. Ob sie die Schrauben richtig rum anziehen. So. Ich renne, ich renne, ich renne. Der Latte hoch an mich. So, den noch schnell looten. Und jetzt bei meiner Gier wäre ich jetzt erschossen. Ja, ich denke schon, dass wir Feiertag arbeiten. Komm mal. Der Schmusi hat verlängerte Wochenende. Und Emi auch. Leute, wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Dein Support ist kein Moho. Wenn ich euch gefalle. Oh mein Gott. Na ja, Hund. Mhm. Siehste, Erichson schreibt sogar, es ist toll. Ja, ne, das war davor schon. Ne, das war gar nicht. Doch, doch. Ich konnte mir nicht vorstellen. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Steve.